Ja Leute, hier ist wieder Kaisa Katana mit seinem nächsten Projekt Alarmstuff Rot 2 Joris Rache. Ja, nebenbei laufen noch Dead Space, wobei mein Hauptprojekt jetzt erstmal bei Alarmstuff Rot 2 bleiben wird. Yo, was machen wir? Eissenspieler, klar, neue Kampagne, sowieso. Und wir fangen diesmal mit den alliierten Schweinen an, nicht mit der Sowjetunion. Die hebe ich mir für den Schluss auf, die haben so schöne Missionen. Auf schwer logisch. Was denn auch sonst? Abspende, pfeifen mal drauf. Ja, Einsatzort ist San Francisco, Kalifornien. Operation Zeitsprung. Erobern Sie die Kraftwerke, um die Zeitmaschine mit Strom zu versorgen. Verteidigen Sie die Zeitmaschine und vernichten Sie den Psychodominator auf Alcatraz. Gebt das Kampagne, aktiviert. Die Zeitmaschine steht genau südlich der Golden Gate Bridge. Der Eingang der Golden Gate Bridge wurde von den Sowjets während des Krieges zerstört. Geschützen Sie die Zeitmaschine, bis Sie genug Kraftwerke besetzt haben, um sie zu aktivieren. Ein Sie Vorsicht. Luris Anhänger, ich kenne die ganze Stadt. Sie sind auch mit der Kraftwerke. Kommander, das hier sind unsere Kurzeitsjäger. Wir sind mit Maschinengewehren und Panzerrechnungen überfliegenkosten. Das sagt alles, oder? So. Ihr habt's gehört, was wir machen müssen. Ja, Einstein's Labor ist jetzt in San Francisco, warum auch immer. Oh, Scrollgeschwindigkeit muss ich noch einstellen, das ist ja Horror. Ah, das ist doch schon eher. So, ähm, eigentlich hätten wir die olle Schlampe hier haben sollen müssen, dürfen. Etwas Schattengefähr steht für Urheilung und rum. Dann nett. Getarrt. Training. So, also wie gesagt, ihr habt ja mitgekriegt, was unsere Mission ist. Das ist doch schon geil. Ähm, Kraftwerke einsäuen hier. Wir suchen uns hier erstmal und gucken, dass wir mal die ganzen Einheiten von Juri außenrum vernichten. So, die drei Panzer dann machen wir auch mal weg. Gut, ähm. Was ist denn Beschiss? So. Oh, hat er doof gemacht. So. Haben wir die jetzt so, ne? Scheinbar nett. Topfen uns um. Topfen uns um. Oh, gut auf die Fresse gekriegt da. Ja, der Richtige hat die Beförderung gekriegt. Dann krieg ich vorher kaputt. Mal sieht man uns, mal nicht. Ist der Ge... Kacke! Drecksack. Weißt du, wie das so unrealistisch? Angeblich hat er ja keine Energie. Wo? Nee. Da nicht. Ja, das machen die. Ganz easy. Äh. Ja. Oh. Scheiß, die Mission. Oh. Hier ist lieber weg. Ich habe die Pläne hier. Ich habe die Pläne hier. Und das schaffen wir völlig. Aufschrei, Arbeit, Kommander. Noch ein paar Kraftwerke mehr. Und wir sollten mein Hospital auf der medizinische Versorgung nehmen. Und der Wege auf dem Flach. Ah, bla, bla, blub. Soll ich die eine neue Gefahr haben, werden die Soldaten draußen automatisch dafür profitieren. Ist doch scheißegal, ob ich das mir jetzt hole oder nicht. Hier bin ich bereit. Was ist genau? Da kenne ich mich aus. Ich habe die Pläne hier. Taktisch und die Luftgewehr. Ich bin nicht unklang. Und der links. Ja. Eindeutig. So, dalle. Sobald wir das saft haben, gehen die Grand Cantons wenigstens. Oh. Langt. Super. Eintreffende Nachrichten. So. Ich fürchte, Sie sind zu spät dran. Ach, halt's Maul, Juri. Seien Sie unbesorgt. Das will überhaupt nicht wehtun. Und das Leben wird auch erheblich einfacher für Sie, wenn Sie keinen freien Willen haben. Kommander, die Zeitmaschine ist mit Energie versorgt. Wir sind bereit zur Zeitversetzung. Gut festhalten, das könnte eng werden. Na, eng. Dumme Mutter, Alter. Jetzt sind wir natürlich mit im Krieg. Gratulation, Commander. Die Zeitreise war sehr erfolgreich. Ja, aber wir haben einen schlechten Zeitpunkt gewählt. Wir stecken genau in der Mitte der ersten sowjetischen Besatzung. Benutzen Sie die Geschütze und zermürden Sie die Sowjets. Wenn Sie den Befehl erteilen, dann schwimme ich nach Alcatraz und zerquetsche diesen Psychodominator wie einen Blechbüchse. Jetzt wird's doch echt was eng. Alter. Alter. Wo ist denn die Tanja? Mal nicht. Sag mal, wie soll ich denn die... Ey, das ist ja jetzt irgendwie beschiss, oder? Das kann ich noch einander einbauen, ja super. Echt geil. Okay. Ich weiß zwar auch nicht, was der Kirov da vorhat. Ich weiß auch nicht, ob ich... Oh ja. Eindeutig, was der vorhat. Mal sieht man uns, mal nicht. Eine kurze Schwimmkunde, das Geh-Kat-Rass rüber, dann würde ich dieses Psychometra in die Luft. Oh, gut wie erledigt. Boah, endlich. Herzlichen Glückwunsch. Unantastbar. Gehen wir. Und wo ist denn die Kirov hin? Wo ist der Kirov hin? Ey. Okay. Oh, ich sehe, ich habe nur noch ein paar Sekunden. Oh, es langt aber. Klick klack, machen wir das sowjetweg. Gehen wir. So gut wie erledigt. Klack. Ach was. Fangen wir an. So. So gut wie erledigt. Gehen wir. So. Und hier mache ich Schnitt. Kasakatana over and out. Geh, tut. Jetzt geht's.